Für die Kleinen etwas ganz Großes zum Jahresabschluss. Das Nikolausturnier des SC Berlin. Judo von morgens bis abends in der großen Sporthalle des Sportforum Hohenschönhausen. Heute haben wir über 380 Starter gemeldet gehabt aus 38 Vereinen aus Berlin und Brandenburg. Gekämpft wurde in den Altersklassen U10 bis U13 in Gewichtsklassen von 22 bis 60 Kilogramm. Vor allem für alle Sechsklässler ist das Nikolausturnier etwas ganz Besonderes. Es handelt sich nämlich um ein Sichtungsturnier. Christian Kaczmarek, Landestrainer der U15 und Pierre Eisfeld, Verbandstrainer der U12, guckten sich die Teilnehmer heute ganz genau an. Unter anderem war mir heute die Ehre gewesen, den Eltern und Sportlern mitzuteilen, wer im kommenden Schuljahr auf das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin wechseln darf. Viele der jungen Judoka wollten natürlich genau das erreichen und gaben deshalb heute auch ihr allerbestes. Leona und Lena vom SC Berlin waren zwei von ihnen. Die Freude nach der Mitteilung, dass sie im nächsten Jahr auf die Sportschule wechseln dürfen, war nicht zu übersehen. Als ich erfahren habe, dass ich angenommen werde, dachte ich, ich war in einem Traum. Ja, ich dachte auch so mal, kneift nicht mal oder helft mir oder hä, was ist hier los, dachte ich mir. Wer es auf das LSZB schafft, kann sein Hobby nun als Leistungssport weiterführen. Neben den schulischen Aufgaben steht hier nämlich auch tägliches Judo und Sporttraining auf dem Programm. Auch Ben Cordest ist heute mit dem klaren Ziel angetreten, den Sprung auf die Sportschule zu schaffen. Die Konkurrenz in seiner Altersklasse U13 bis 46 kg war heute jedoch sehr stark. So musste er sich bereits einen Kampf vor der Medaillenrunde gegen Yannick Rösler geschlagen geben. Auch wenn es heute nicht für einen Podestplatz gereicht hat, Christian Kaczmarek war trotzdem überzeugt von seiner Leistung. Und auch hier war die Freude über die positive Mitteilung natürlich groß. Ich freue mich auch, dass ich auf die Sportschule komme. Meine zwei großen Brüder sind auch auf der Sportschule. Einer ist 8 und einer ist 11. Klasse. Und ich möchte auch in den Bundeskader kommen, wenn es geht. Der erste Schritt Richtung Bundeskader ist mit der Aufnahme an der LSZB schon mal geschafft. Für die meisten Judo-Kar ist das Sportjahr mit dem Nikolausturnier nun aber erst einmal zu Ende gegangen. Nach der erholsamen Weihnachtszeit geht es im neuen Jahr mit wahrscheinlich großen Vorsätzen dann aber direkt weiter. Ein erfolgreicher Judo-Kar wird man schließlich nicht von alleine. Abonniertel, ich binría, ich bin Ich bin da. Ihr habt die Bühne. Und wenn es ihr Getremen ist, 1950-2000-1910-1987-2014-2018. Und hier sind die Bühne. Die Bühne wird für die Bühne. Vielen Dank.